sag mal hallo dennis da oben geht's hoch gleich noch wieder runter kennt das schon waren wir schon öfters der löwenturm in duisburg ein must have so man achte mal ist zu id ist zu alles in ordnung gesichert noch mal zusätzlich mit der bandschlinge hier sieht man das pudelmull was wir da um den turm gebunden haben damit da alles safe ist denn dennis versucht sich jetzt erste mal das letzte mal habe ich einen manfred hier hängen lassen bis er sich nicht mehr halten konnte der hat sich hier festgehalten wir haben keine chance gehabt den typen wieder hier über das geländer zurückzuziehen da mussten wir warten bis der von selbst abfällt